Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky-Video. Es wird wahrscheinlich wieder sehr, sehr unheimlich, deswegen schnappt euch lieber eine Great Magic Decke. Wollt euch ein, denn ich kann das nicht machen. Ich wünschte, ich könnte es, aber ich kann's nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist es etwas, was momentan wieder so am Rumkursieren ist. Und der ein oder andere von euch hat mich auch darauf schon aufmerksam gemacht, ob ich das nicht mal ausprobieren könnte. Und, ähm, tada, da bin ich jetzt wieder um drei Uhr nachts, um das für euch auszuprobieren. Und so ist die Rede von The Man From The Window. Ja, der Mann vom Fenster, mein schlimmster Albtraum. Ich sag's euch, das ist etwas, bevor ich am meisten Angst habe, dass irgendjemand mich heimlich durchs Fenster beobachtet. Das ist so creepy, ich hab schon seit ich klein bin davor Angst. Es ist ein Spiel, Leute, und, ja, keine Ahnung, die Leute reden einfach die ganze Zeit darüber. Und, äh, das soll echt creepy sein und ich probier's einfach mal aus. Deswegen lasst gerne noch einen Daumen nach oben, damit ich in Zukunft mehr solcher creepy Dinge ausprobieren soll, über das die Leute so momentan reden. Das kann alles Mögliche sein. Irgendwelche Apps, Websites, Rituale, keine Ahnung. Also, lasst ruhig einen Daumen nach oben wissen. Bei 20.000 Daumen nach oben, weiß ich, ich hab mega Bock darauf. Vielleicht sollte ich das immer an einem Spooky Sunday machen, oder? Und wenn ihr irgendeine Spooky Story habt, lasst es ruhig in den Kommentaren wissen. Habt ihr auch Angst vor sowas? Schreibt's unten in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, let's go. Okay, Leute, dann wollen wir mal schauen, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall sieht das Anfangsbild hier schon irgendwie creepy aus. Also, ich mein, einfach nur das Fenster hier. Der Fernseher steht einfach auf dem Boden. Alter, also, noch mehr beobachtet werden kannst du auch nicht, oder? Okay. Was passiert jetzt? Oh, wow. Schnell auf die Tür. Was ist los hier? Ah! Ah! Was? Digga, da kommt ein Riesenhase rein. Okay, sie stellt irgendwie was auf den Tisch? Schlüssel? Boah, hier sieht irgendwie müde aus. Was ist das für eine Wohnung? Irgendwie ein bisschen kahl. Erstmal vor dem Fernsehen chillen. Okay, ich hätte jetzt nicht mit so einem Hasen gerechnet. Okay, hier steht Mama Hase. Oh mein Gott. Ich bin müde. Was für ein langer Tag. Sieht so aus, als würde ich immer später nach Hause kommen. Und später und später und später. Also, sie hat wohl einen langen Arbeitstag gehabt, aber sie sieht echt fertig aus. Ich finde, sie sieht richtig fertig aus. Aber das ist manchmal so. Ich gebe nicht auf. Ich sollte lieber schlafen gehen. Ich muss wieder früh aufstehen, um Frühstück vorzubereiten für den Kleinen. Willkommen jetzt. Oh. Das Kind. Mama, Mama. Julia, was machst du noch so spät? Du weißt, du hast morgen Schule. Aber Mama. Der Mann aus dem Buch erholt mich. Äh, was? Hä? Was für ein Mann? Was für ein Buch? Der Mann aus meinem, ja, Märchenbuch. Okay, jetzt kommt's. Oh, das sieht creepy aus. Der Mann vom Fenster. Geh bis mir. Wow. Okay. Der Mann vom Fenster ist, ähm, ja, ein seltsamer Typ. Mit seinen großen Knopfaugen und eingefallener Nase. Okay, klingt ja mega sympathisch. Irgendwie muss ich da ein Voldemort denken. Warum? Er will doch nur Hallo sagen. Er lächelt von einem Ort zum anderen und, ähm, ja, läuft durch die Nacht. Durch Gassen und Gärten geht er, um sicherzugehen, dass er nicht gesehen wird. Okay, das klingt creepy. Er schaut unbeachtet leise durch die Fenster, um nach einer bestimmten Sache zu schauen. Ein neuen Freund ist das Einzige, was er haben möchte. Weil, ja, der Mann ist sehr, sehr alleine. Wenn du einmal das Klopfen hörst, also Klopf, 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 am Fenster, weißt du, dass er einen neuen Freund zum Spielen gefunden hat. Ab da an hast du nur noch fünf Minuten, bevor er dich schnappt. Oh mein Gott, was ist das für eine gute Nachtgeschichte. Okay, man soll ihn auf jeden Fall nicht verärgern und ihn nochmal fünf Minuten hinhalten quasi. Dann wird er gehen. Okay, hier geht's weiter. Der Mann wird rumlaufen und dann zuschnappen. Der Ort unter dem Spiegel ist dort, wo er suchen wird. Okay, das scheint wohl irgendwie ein Hinweis zu sein. Der Ort unter dem Spiegel. Äh, Badezimmer? Keine Ahnung. Der Mann hat es auf jeden Fall auch nicht abgesehen auf irgendwelche Wertgegenstände oder Schmuck. Das kann er nicht gebrauchen, weil er sucht ja nur einen Freund. Und er wird jetzt unter dem Ort schauen, wo das Brot gebrochen wird. Esstisch? Der Mann ist in seinem Element. Er wird tun, was er am besten kann. Als nächstes wird er unter dem Ort schauen, wo du dich oft ausruhst. Sofa? Bett? Bald wird er dort nachschauen, wo es kalt ist. Im Kühlschrank? Schaut er nach Essen oder was? Als ob man sich im Kühlschrank irgendwie versteckt oder so. Weil ich meine, er sucht ja nach neuen Freunden, nicht nach Essen. Also, ähm. Ich würde mich jetzt nicht im Kühlschrank verstecken. Der Mann hat keine Freunde, keine Familie, keinen Sohn und keine Tochter. Als nächstes wird er dort nachschauen, wo Wasser gespeichert wird. Meinen die dann unter einem Waschbecken? Auf jeden Fall sagt jetzt die Mutter, Junior, das ist einfach nur einer dieser gruseligen Bücher, die Leute so schreiben. Übrigens sieht man den Mann da, glaube ich. Du bist einfach zu jung für dieses Zeug. Aber Mama, ich habe ihn draußen gesehen. Ich habe es wirklich gesehen. Das ist nur ein Buch, mein Schatz. Er ist nicht echt. Und jetzt soll er anscheinend ab. Einfach schnell ins Bett. Hä? Aber sie wird unterbrochen. Es klopft! Dreimal! Ist da irgendwas? Das ist er. Er ist da draußen. Seht ihr irgendwas? Komm runter, beruhig dich, Junior. Was auch immer da draußen ist, ich bin mir ziemlich sicher, es ist kein Monster. Junior, ja, woher hast du das Buch? Ja, also ich meine, das hätte ich mich sowieso schon vorher schon gefragt, weil... Hallo? Das ist nicht normal, dass du so ein Buch einfach zu Hause hast. Es war auf dem Tisch, als ich nach Hause von der Schule gekommen bin. Du hast es für mich geholt, oder? Oh mein Gott, das ist nicht gut. Ist er da? Was ist los hier? Oh mein Gott, er kommt! Er kommt! Okay. Was haben wir hier? Schlüssel! Schlüssel sind immer gut. Ja, ich sollte lieber den Schlüssel mitnehmen. Okay. Okay, ähm, erstmal Tür zuschließen. Geht das? Okay, da ist noch keiner. Ich will aber nicht durchgucken. Ich will abschließen. Schließ doch die verdammte Tür! Okay, wir können nicht die Tür schließen. Äh, was ist damit? Äh, was ist da drin? Einfach nur Donuts? Oh, Digga, nee. Äh, darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Obwohl ich Donuts liebe, aber ich habe keinen Bock. Alter Schwede, was bist du noch so lange wach, Junior? Schäm dich! Wegen dir hat man nur Stress. Hä? Wir können die Couch voll die Tür schieben. Okay, das ist eine gute Idee. Okay, mach das mal. Ich dachte, man könnte sich da vielleicht verstecken drin, weil es gibt ja manchmal solche Schlafsofa, so mit Bettkästen oder sowas. Können wir jetzt hier mal durchgucken, ob schon jemand da ist? Ah! Ah! Oh! Ich habe ihn erschrocken! Ah! Ich habe keinen Saum! Nein, ich will dich nur mehr gucken! Ah! Weg hier! Er guckt einfach in die Augen. Alter, was ist los mit mir? Ich bin nervös. Ich bin nervös. Okay. Ja. Als ob er da bleiben sollte. Wir müssen uns verstecken. Wo können wir uns verstecken? Was ist hier? Hier ist eine Tür zu. Badewanne. Alter, was ist das für eine Riesenbürste? Hier ist außerdem auch noch ein Fenster. Hier ist der Spiegel. Wie können wir uns nirgendwo verstecken, oder? Der kennt sich ja voll gut im Haus aus. Okay, Tür zu. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich habe keine Ahnung. Bett? Aber unterm Bett verstecken ist nie gut, Leute. Alter, was soll ich hier machen? Alter, ich kann nicht laufen wegen dir. Die Mama kann nicht durch hier. Ey, der will mich doch veräppeln. Ja, dann versteck dich halt unterm Bett. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Aber der lässt mich gerade nicht durch die Tür. Okay, ich habe Angst. Wir machen lieber die Tür zu. Kann man die auch zuschließen? Nein! Wie kann man die Schlüssel benutzen? Warte, was ist los? Oh nein! Ich habe es nicht geschafft! Es ist 2 Uhr, als der Mann die Vordertür betritt. Die Tür war nicht abgeschlossen. Aber der Mann konnte es nicht öffnen. Eine schwere und große Couch war davor geschoben worden. Ich wollte die Tür ja abschließen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Oh mein Gott! Was? Er brauchte nur eine Minute, um einzubrechen? Alter, das bringt ja echt viel. Das bringt ja richtig viel. Oh mein, man sieht mich auch noch. Leute, der hat mich doch direkt... 2 Uhr 1, der kommt. Oh wow! Das erste, wo er hinguckt. Eine Packung mit Donuts. Ja gut, dass ich die da liegen lassen habe. Und die nicht selbst gegessen hat. Was? Er brauchte eine ganze Minute, um alle aufzuessen. Wie viele Stück waren das? Es war jetzt nur 2 Uhr 2. Na, Hauptsache ja... Das geht direkt zu uns. Der Mann hat seinen neuen Freund gefunden. Oh nein, ich habe verloren. Nein! Nein! Oh, jetzt ist er alleine? Mama? Oh nee, mein Herr! Was? Der Mann ist weg. Du kannst jetzt rauskommen. Punkt, Punkt, Punkt. Stille. Wirklich! Er ist weg. Mama! Du kannst jetzt aufhören, dich zu verstecken. Bitte! Und er ist forever alone. Oh mein Gott, ich glaube, das war das Bad Ending. Kann das sein? Direkt am Anfang Bad Ending. Jetzt habe ich es. Okay, ich habe das jetzt abfotografiert. Die Steuerung hier. Jetzt kriege ich es aber hin, Leute. Jetzt kriege ich es hin. Wir müssen uns genau merken, wo er sucht. Okay, das haben wir vorhin alles schon gelesen. Er wird als erstes unter dem Tisch gucken. Ja. Dann dort, wo du dich am meisten ausruhst. Ändert sich die Geschichte? Dann dort, wo es kalt ist. Also im Kühlschrank. Der wird unter dem Spiegel. Er meint ja zuletzt das Baden-Zimmer. Ich habe keine Ahnung. Es klopft jetzt wieder. Okay, folge mir. Und nee, warte. Erstmal die Couch davor. Das ist wichtig. Damit verbarrikadieren wir den Weg. Und wir müssen irgendwie die Tür abschließen. Warte, wir brauchen den Schlüssel. So, den schnappen wir uns. Und die Donuts. Darauf ist er ja auch scharf. Also öffnen wir das Ganze mal. Und jetzt. Wir haben die Schlüssel. Oh mein Gott, habe ich abgeschlossen? Gucken wir mal hier durch, ob der da schon ist. Ah, da steht der hinten. Oh, das sieht aus wie eine halbe Spinne. Wir müssen uns beeilen. Unter dem Bett. Gar nicht gut. Lief nicht gut. Okay, wir brauchen den Schlüssel nochmal. Abschließen. Okay, perfekt. Weg damit. Komm. Los, rein mit dir. Rein mit dir. Dich verstecken wir dort, weil ich glaube, da passt sie nicht rein. Perfekt. Geh jetzt einfach rein. Hör auf zu reden. Okay. Haben wir noch Zeit? Ich weiß es nicht. Warte. Wir müssen erstmal die Tür schließen. Okay, okay. Und jetzt. Schlüssel. Abschließen. Okay, perfekt. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Versteck ist, aber wir müssen in die Badewanne. Ansonsten passt Mama nirgendwo rein. Oh mein Gott, hoffentlich funktioniert das jetzt. Es war genau 2 Uhr, als der Mann, ja, an der Tür war. Die Tür wurde abgeschlossen. Oh, es hat funktioniert. 30 Sekunden bringt es uns. Aber 30 Sekunden braucht er nur, um einzubrechen, Alter. Was ist er für einer? Ja, die Couch ist davor. Jetzt geht noch mal eine Minute drauf. Also, er braucht länger, so einzubrechen, als mit einer verschlossenen Tür. Krasser Kerl. Okay. Oh, jawohl. Wie weit ist das funktioniert? Es war jetzt 2 Uhr 1, halt, und er ist so schnell. Jetzt müsste er wieder die Donuts alle wegmampfen. Wie viel sind das jetzt? Sieben Stück? Also, ich liebe ja auch Donuts, aber das würde ich niemals hinbekommen. Es war jetzt 2 Uhr 2. Okay. Jetzt müsst ihr unter, ja, unter dem Tisch gucken. Da ist niemand. Da würde ich mich auch niemals verstecken. Bett halt auch gar nicht, weil das ist einfach kein Versteck, Leute. Das weiß jeder. 2 Uhr 3. Okay, ich dachte gerade, er guckt erst im Kühlschrank oder so. 30 Sekunden braucht er, um die Schlafzimmertür aufzubrechen. Er guckt unter dem Bett. Aber er findet nichts. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt war es 2 Uhr 4. Zum Glück geht er nicht ins Badezimmer. Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Er guckt im Kühlschrank. Aber er findet nichts. Jetzt guckt er wahrscheinlich. Im Badezimmer. 2 Uhr 5. Die Zeit ist um, Leute. Und er wusste es. So schnell, wie er gekommen ist, ist er auch verschwunden. Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh, ich habe Gänsehaut. Mama ist rausgekommen. Ja, erstmal Tür zu machen. Aber bestimmt nicht wieder abschließen. Ja, habe ich es doch gewusst. Mama, ist er weg? Er ist weg. Keine Angst mehr. Hurra, yeah. Ich wusste, dass du das schaffen kannst. Oh nein. Was? Mama, er hat all die Donuts aufgegessen. Ich wollte einen. Boah, Alter. Du machst mir Angst. Oh mein Gott, Kind. Du hast mich erschrocken. Ich bring dir morgen von der Arbeit wieder welche mit. Okay? Okay. Und Junior. Was will er überhaupt um 2 Uhr morgens Donuts essen? Hä? Keine verfluchten Bücher mehr. Okay? Ich werde nicht nochmal damit klarkommen. Aber was machen wir jetzt mit der Frau von der Tür? Was? Gibt es so Fortsetzung? Den was? Haha, nur ein Scherz. Boah, Alter. Er soll durchatmen. Was soll ich jetzt nur mit dir machen? Ich glaube, es ist vorbei. Der Typ hat mir Angst gemacht, Alter, wie der aussah. Ich konnte nicht mehr. Aber was ich mich frage, was haben die Hasen damit zu tun? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, irgendwie sehr mysteriöses Spiel. Auf jeden Fall hoffe ich euch, hat das Video gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu meinem nächsten. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!